Hey, du hast dir gerade ein Five Goddesses Saisondeck geholt? Nice, ich erkläre dir in diesem Tutorial mal eben alles, damit du direkt dein erstes Spiel damit starten kannst. Du kannst sogar mit nur einem Deck direkt mit einem Mitspieler starten und ich erkläre gerne wie. Pack erstmal alles aus, was du darin findest. Zwei Blätter mit Anleitung, Würfel und ganz wichtig, die Karten. Die gucken wir uns jetzt als erstes an. Zuerst mal, wie gewinnt man in Five Goddesses? Diese Karten hier sind deine Zuflucht. Davon hast du eine Stufe 1 und eine Stufe 2 in deinem Deck, was du an den Sternen im Symbol oben links in der Karte erkennst. Ihre Herzen sind es, was du und dein Gegner beschützen müsst, denn wer die Zuflucht seines Gegenspielers zuerst auf 0 Herzen bringt, hat gewonnen. Lege die Spielunterlage, die du bekommen hast, mal vor dir aus. Du siehst dort ein Feld mit diesem Symbol, das auch auf deiner Zufluchtkarte ist. Das sagt dir, wo du deine Zuflucht hin tun musst und auch in Zukunft, welche deiner neuen Karten Zufluchtkarten sind. Lege jetzt deine Stufe 1 Zuflucht in diese Zone und gib deinem Gegner seine Unterlage und deine Stufe 2 Zuflucht, damit er sie auch dort platzieren kann. Behandelt für euer erstes Spiel einfach beide Karten genau wie die Stufe 1 Zuflucht, also ignoriert die untere Effekthälfte der Stufe 2. Wenn dein Gegner sein eigenes Deck gekauft hat, kann er natürlich auch seine eigene Stufe 1 Zuflucht benutzen. Ihr seht jetzt die Zahl 6 oben bei den Herzen der Zuflucht. Für das kleine Spiel fangt ihr aber mit 4 Herzen an. Deswegen nehmt ihr jetzt jeweils einen eurer roten Würfel und legt diesen mit der 4 nach oben auf die 6 der Karte und deckt sie so ab. So behaltet ihr jetzt den Überblick, wie viel Leben eurer Zuflucht im Spiel noch bleiben. Und jetzt geht ihr durch den ganzen Rest eurer Karten. Sortiert erst einmal alle Karten der Stufe 2, also mit diesem Symbol, heraus und legt sie zur Seite. Diese werden im Einführungsspiel nicht benutzt. Jetzt müsst ihr euch eure Decks bauen, aber das ist ziemlich einfach. Zuerst sucht ihr nach den Bezwingerinnen, die Helden des Spiels. Diese erkennt ihr an diesem Symbol. Davon braucht jeder von euch 3. Sucht euch einfach erstmal die aus, die euch am besten gefallen. Dann mischt ihr eure 3 und legt sie verdeckt auf eurer Unterlage in die Zone, die so aussieht. Das ist jetzt euer Bezwingerinnen-Deck. Und genauso geht ihr jetzt noch einmal mit euren Astralkarten vor. Das sind die mit diesem Feuerhands-Symbol und eure mächtigen Zauber. Davon braucht jeder von euch 5. Sucht die coolsten raus, mischt jeweils euer kleines 5-Karten-Deck und platziert es verdeckt in dieser mittleren Deckzone. Das ist jetzt euer Astral-Deck. Zuletzt braucht ihr auch noch Rüstkammer-Karten. Die haben dieses Symbol und zeigen alles von Waffen bis Rüstungen. Auch davon braucht ihr beide 5. Wählt eure Favoriten, mischt jeweils euer 5-Karten-Deck und platziert es verdeckt in dieser Zone hier. Damit habt ihr auch das Rüstkammer-Deck und die Vorbereitung ist abgeschlossen. Nun müsst ihr entscheiden, wer anfängt. Nehmt dafür am besten 1 oder 2 Würfel und würfelt um die höhere Zahl. Der mit der höheren Zahl beginnt, bei Gleichstand würfelt erneut. Nun nehmt ihr beide von jedem der 3 Decks jeweils eine Karte, sodass ihr eine Starthand von 3 Handkarten habt. Dann beginnt das Spiel mit Zug 1 des ersten Spielers, die erste Kampfrunde. Du kannst jetzt gerne die Kampfrundenübersicht aus der Packung nehmen und neben dich legen. Diese gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Überspringe in Runde 1 die Ehrungsphase, um die kümmern wir uns später. Gehe direkt zur Ziehphase und wähle eines deiner 3 Decks. Ziehe eine Karte von diesem. Nun bist du in der Versorgungsphase. Das ist der Augenblick, wo du theoretisch alles in deiner Hand spielen kannst. Für dieses Tutorial machen wir erst einmal eines. Wähle eine Bezwingerin von deiner Hand und rekrutiere sie. Also spiele sie in diese Zone hier. Denn ohne sie steht unsere Zuflucht später offen für einen Angriff und das wollen wir nicht. Ignoriere erst einmal alles, was unten auf ihr steht und lege sie in eine der beiden Zonen mit dem Bezwingerin-Symbol vor dir, egal welche. Drehe sie mit dem Gesicht nach unten zu dir. Damit zeigst du deinem Gegner, welche Karte du dort hast und außerdem, dass sie Einsatzverzögerung hat und noch nicht angreifen kann. Nicht angreifen heißt, die Bezwingerin kann keine Ansturmphase und die Kampfphase durchführen. Also überspringen wir die. Die Nachschubphase brauchen wir jetzt auch nicht, also beende direkt deine Kampfrunde und dein Gegner ist dran. Er überspringt auch seine Ehrungsphase und zieht direkt eine Karte seiner Wahl von einem seiner drei Decks. In seiner Versorgungsphase will er auch eine Bezwingerin rekrutieren, damit seine Zuflucht nicht offen steht. Also macht er dasselbe wie du und spielt sie am besten auch in die beiden der Zonen, die deiner gegenüber steht. Denn dann musst du diese Bezwingerin angreifen und kannst nicht einfach an ihr vorbeilaufen. Mehr dazu später. Weiter passiert erst einmal nichts und du bist wieder dran. Jetzt kommt mal ein kompletter zweiter Zug für dich und der beginnt mit der Ehrungsphase. Jetzt generiert deine Bezwingerin einen Ehrenpunkt, da sie seit dem letzten Zug immer noch auf dem Feld liegt. Dasselbe passiert für deine Zuflucht. Nehme für die Ehrenpunkte die grünen Würfel und lege sie rechts in das grüne Feld deiner Karte. Was man mit diesen machen kann, wernst du in deiner nächsten Runde. Danach ziehe erst einmal in der Ziehphase wieder eine Karte von einem deiner Decks. Vielleicht am besten noch eine Bezwingerin. Und in der Versorgungsphase drehst du erst mal deine Bezwingerin um und machst sie damit bereit zum Angreifen, also einsatzbereit. Dann kannst du, wenn du jetzt eine zweite hast, genau wie zuvor eine Bezwingerin rekrutieren. In das Feld, das noch frei ist. Sie kommt dort wieder über Kopf hin. Viel interessanter ist jetzt natürlich die Ansturmphase. Jetzt wird endlich gekämpft, beziehungsweise ein Kampf vorbereitet. Wähle deine Bezwingerin aus deiner Runde 1 und sag, du willst mit ihr angreifen. Und zwar die Bezwingerin deines Gegners. Dann kämpfen diese beiden gleich in der Kampfphase. Und jetzt kommt all das ins Spiel, was du sonst noch auf den Bezwingerin und Zuflucht gesehen hast. Die vier Symbole und Zahlen zwischen Rot für Gesundheit und Grün für Ehre. Gehen wir die nun mal genauer durch. Das lila Schwert ist die physische Stärke. Das blaue Feuer ist die Astralstärke. Wenn du angreifst, sagst du immer, mit welcher der beiden du kämpfen willst. Willst du klassisch mit Gewalt vorgehen oder mit Zauberkraft deine Gegner überwältigen. Um überhaupt Schaden machen zu können, musst du dann das nehmen, wo keine Null steht. Also hier fast immer das physische, das Schwert. Es folgt die Kampfphase. Hier steht die Bezwingerin deines Gegners natürlich nicht nur da, sondern kämpft auch. Wir gehen das Ganze mal mit einem physischen Beispielkampf an. Lilo gegen Mira. Guckt auf beiden Karten den Stärkewert an. Dieser ist bei 1, also nehmen beide Bezwingerinnen einen Schaden. Dieser wird von der Gesamtzahl ihrer Herzen abgezogen und man nimmt rote Würfel, um die aktuelle Gesundheit anzuzeigen. Also hier 1 bei Lilo, 2 bei Mira. Aber es gibt ja noch das gelbe Symbol, ein Schild mit einem Schwert darauf und das orangene Symbol, ein Schild mit einem Feuer drauf. Gelb steht für Schilde gegen physischen, orange für Schilde gegen astralen Schaden. Manche Bezwingerinnen haben von vornherein dort Werte, die meisten bekommen es jedoch erst von Rüstungskarten und dergleichen. Wenn eine Bezwingerin Schaden bekommt und Schilde hat, um diesen abzuwehren, werden immer zuerst Schilde weggenommen, bevor es an die Gesundheit geht. Markiert verlorene Schilde am besten mit den X-Steinen aus eurer Deckbox. Das ist erst einmal alles, was du zum Kampf wissen musst. Jetzt kannst du deinen Zug beenden und den Gegner in seiner Kampfphase zurückschlagen lassen. Du kannst aber auch in der Nachschubphase schauen, ob du eine Astral- oder Gegenstandrüstkammerkarte hast, die nur diese Blitzsymbole in ihrem Effekttext hat. Diese kannst du dann mal verdeckt in eine der Zonen hier spielen. Das zeigt, dass du sie jetzt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt im gegnerischen Zug spielen könntest und ihn damit störst. Am spannendsten ist das immer in der Ansturmphase. Spiel also einfach mal eine Karte verdeckt und beende dann deinen Zug. Jetzt macht dein Gegner in seinem zweiten auch erstmal deinen zweiten Zug nach. Ehre verteilen, Karte ziehen, angreifen, Karte verdeckt spielen. Am besten auch noch eine Bezwingerin rekrutieren, sonst ist er gleich arg im Nachteil. Aber dafür kann er ja gewollt vom Bezwingerin-Stapel ziehen. Denn wenn eine Bezwingerin auf ihrem Feld angreifen kann und keine gegnerische auf dem gegenüberliegenden Feld liegt, kann sie die Zuflucht direkt angreifen. Das muss sie nicht, aber warum solltest du die Chance nicht nutzen, wenn sie sich ergibt und der Zuflucht Schaden machen? Jetzt kann das Spiel theoretisch so lange weitergehen, bis einer keine Bezwingerin mehr hat und der andere die Zuflucht auf Null Leben bringt und damit gewinnt. Also ist Schritt 1 des Tutorials beendet. Jetzt wollt ihr natürlich alle anderen eurer Karten auch noch spielen. Probiert sie in euren Zügen einfach mal aus und guckt, was passiert. Meist erklären sich die Effekte, wenn ihr euch die Symbole darauf anschaut. Gebt zum Beispiel Bezwingerin, Schilde oder fügt ihnen Schaden zu. Fällt euch zu irgendwas nichts ein, lasst es erstmal liegen und schaut nachher im Regelwerk vorbei. Dieses verlinken wir unten in der Beschreibung für euch. Auch wollt ihr die Effekte eurer Zuflucht und Bezwingerin benutzen. Und dafür braucht ihr die grünen Ehrenpunkte, die eure Karten über die Züge hinweg gesammelt haben. Einmal pro Zug kann jede Karte mit Ehrenpunkten ein Wunder aktivieren. Dafür zieht ihr die angezeigte Menge an Ehrenpunkten ab und führt dann den Effekt aus. Das einfachste Beispiel, eure Zuflucht kann euch so eine Extrakarte ziehen. Etwas, das man gerne jede zweite Runde wieder macht. Mit diesem Wissen könnt ihr das Spiel nun so lange spielen, bis einer keine Bezwingerin mehr hat und der andere bis zum Sieg auf die Zuflucht einprügelt. Was jetzt aber, wenn aus irgendeinem Grund keiner mehr eine Bezwingerin hat? Ist es dann ein Unentschieden, weil ihr der gegnerischen Zuflucht nicht mehr schaden könnt? In dem Fall kommt Entwickeln und die Stufe 2 Zuflucht ins Spiel. Wenn eure Zuflucht zwei Ehrenpunkte hat, kann sie sich in der Versorgungs- oder Nachschubphase zur Stufe 2 entwickeln. Geht hier im Probespiel einfach mal davon aus, dass ihr beide diese Karte besitzt und sie in diesem Entwicklungsfeld hier bereitlegt. Entwickeln heißt dann, ihr legt die Stufe 2 Karte auf die Stufe 1. Was an Würfeln draufliegt, verändert sich dadurch nicht. Aber ihr könnt eurer Zuflucht jetzt entweder einen Punkt physische oder astrale Stärke als Grundwert geben. Markiert das auch wieder mit einem Würfel. Und wenn ihr keine Bezwingerin mehr auf dem Feld habt, kann sie auch angreifen. Also quasi mit Geschossen auf die andere Zuflucht schießen. Wenn ihr jetzt abwechselnd mit den Zufluchten angreift, gibt es ganz sicher irgendwann einen Gewinner, auch wenn es knapp ausgeht. Mehr zum Thema entwickeln, besonderen Effekten wie Primärangriff oder auch die Bereiche zwischen euren Bezwingerinnen findet ihr für eure nächsten Spiele im unten verlinkten ausführlichen Regelwerk. Dort wird in einem FAQ auch alles weitere erklärt, was es zu wissen gibt. Ich hoffe, euer erstes Spiel hat euch Spaß gemacht und lief mit diesem Tutorial reibungslos über die Bühne. Für aktuelle Neuigkeiten zum Spiel Five Goddesses abonniert den offiziellen Kanal. Wir beantworten euch auch gerne jede Frage in der Kommentarsektion unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Sammelkartenspiel.